Moin, der Wolfgang vom schönsten Nordeuropas, ja, St. Peter Ording mit Spielwaren Mund im Kind. Die Firma Lutarden präsentiert das Spiel Tasso für zwei bis sechs Spieler ab, na, ich würde mal sagen so sechs Jahre plus ungefähr 15 bis 30 Minuten Spieldauer, ein Stäbchen-Stapel-Spiel, ganz einfach und das hat es echt in sich. So geht's. Die Spielregel ist ganz einfach, du hast ein paar Steine, die Steine sind bei allen Spielern komplett identisch und musst sie versuchen als erstes loszuwerden. Bist du an der Reihe, nimmst du einen deiner Steine und legst ihn auf diese grüne Spielfläche. Du darfst ihn auch so legen, dass er teilweise drüber steht. Er darf bloß nicht runterfallen, muss also selbstständig hier stehen bleiben. Das machen wir abwechselnd so lange, bis wir keine Steine mehr haben. Du kannst in einen Zugvorteil geraten, wenn es dir gelingt, wenn es dir gelingt, eine neue Ebene zu bauen. Das heißt, auf zwei bereits liegende Steine einen weiteren Stein drauflegen. Gelingt dir das, dann darfst du noch einen weiteren Stein setzen. Allerdings nicht mehr so, dass Steine, die für eine höhere Ebene bereits gebraucht werden, involviert werden. Das heißt also, angenommen, jetzt würde hier einer liegen, dann dürfte dieser Spieler hier keinen Stein draufsetzen, weil dieser Stein schon benutzt wird. Er könnte, wenn er hier liegt, jetzt vielleicht versuchen, hier einen hinzusetzen und mit etwas Glück, weil hast du einmal einen Stein neu aufsetzen können, eine neue Ebene erreichen können. Dann darfst du noch einen Stein setzen, dann könnte er hier, naja, sagen wir mal so drauflegen. Jetzt dürfte er noch einen Stein setzen. Wenn genau das passiert wäre oder passiert, was gerade passiert ist, das heißt, du setzt drauf und er rollt runter, dann bekommst du nicht nur diesen Stein zurück. Nein, du bekommst vom nächsten Spieler, und so spielen wir das bei uns in St. Peter-Ording, am schönsten Nordeuropas, du bekommst vom nächsten Spieler auch noch einen Stein als Strafe. Ebenfalls einen Stein als Strafe bekommst du, wenn du durch den Stein, den du hineinschiebst, einen bereits vorhandenen in seiner Lage veränderst. Also dieser Spieler hat den Stein jetzt hier verändert, das heißt, er muss den Stein zurücknehmen und bekommt vom nächsten Spieler ebenfalls einen Stein als Strafe. Auf diese Art und Weise spielt ihr Stein für Stein, Ebene für Ebene, bis der erste Spieler keinen Spielstein mehr besitzt und der ist Sieger. Du siehst vom Ansatz her eine ganz einfache Geschichte. Hm, das hat es aber, wie ich vorhin schon sagte, wirklich echt in sich. Gestern erst sah das so aus am Ende des Spiels. Und da kommt es auf Millimeter an. Probier es aus. Entweder bei uns, am schönsten Nordeuropas, oder vielleicht sogar bei dir zu Hause. Bis dahin, bleib gesund, der Wolfgang.